näher wegen klima und so die grünen die sagen eine große dürre wird kommen das kann man wieder zweideutig sehen eine große dürre und jetzt kommt erst mal die große runde die da eine große runde und 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 bei einer führung wanderung bezüglich pflanzen bezüglich nahe kultur da kann ich mit den gästen gern mal zu großen runden gehen und die große runde zeigen das wäre mal eine gute idee oder das ist eine sehr gute idee sofort buchen